Jo, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau, heute am 4.7.2023. Ihr seht ein anderes Bild, wie ihr es dann schon früher gewohnt seid, heißt andersherum. Es gibt jetzt in diesem Hauptvideo, das ihr schauen könnt, bei VK, Pitschut, Odyssee oder Rambl, keine Satire, sondern einfach so eben, wie ihr das jetzt bisher bis zu diesen Satireveränderungen gewohnt gewesen seid von mir. Und dann sehen wir uns vielleicht gleich wieder. Tschüss.